In dieser Folge vom Bewusstsein und Physis-Podcast. Wenn das geht, dass ein Mensch dir zehn Minuten in die Augen schaut oder ins Gesicht schaut und alles von dir weiß, deine Vergangenheit, deine Chancen, deine Talente, deine Stärken, alles, dann möchte ich das lernen, weil jetzt schenke ich den Menschen das, was ich mir am meisten gewünscht habe, gesehen zu werden. Jedes einzelne Merkmal im Gesicht, und sei es das kleine Pickelchen, ist ein kleines Mosaiksteinchen. Und dieses Mosaiksteinchen ist nichts wert und ist nur eine bunte Scherbe, wenn du es nur als solches siehst. Und wenn du das aber mit allen anderen kleinen Mosaiksteinchen zusammensetzt, dann kommt dieses unglaubliche, bunte, tiefe, facettenreiche, faszinierende Mosaikbild der Persönlichkeit zusammen. Bewusstsein und Physis. Der Gesundheits-Podcast. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Alles, was du hast, wird irgendwann dich. Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Du bist nicht dein Job. Du bist nicht das Geld auf deinem Konto. Auch ich kenne dieses Gefühl, dass ungeahnte Kräfte in einem wecken kann. Ich sehe so viel Potenzial, dass es vergeudet wird. Du bist besser. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Zurück zu Folge 2 mit Anne Vierhauser über das Thema Gesichtslesen. Und jetzt werden wir mal auswerten, was mein Gesicht so verrät. Herzlich willkommen, Anne. Danke schön, Florian. Und auch danke dafür, dass ich dein Gesicht lesen darf. Ich finde das immer nicht ganz selbstverständlich. Ein Ehrenkodex sagt auch, Gesichtleser lesen nur dann Gesichter, wenn sie den Auftrag dafür haben. Und für mich ist es immer eine große Ehre, ein Gesicht lesen zu dürfen, weil du mir damit unglaublich viel Vertrauen schenkst und auch einen Blick auf deine Seele schenkst. Danke dafür. Gerne. Ich finde es, also ich kenne es aus meiner Branche, sage ich mal so, sobald ich, also ich mache quasi auch Gesichtslesen, aber eher so mit den Filtern, die ich habe, so zu sehen, okay, die Haut und das und sowas in der Art. Was der Mensch wo ist, wie er sich ernährt, wie gut er schläft und so. Und auch Brille, natürlich Mund, Zähne, alles. Also so verschiedene Sachen, wo ich irgendwie mit meinem Programm versuche, das irgendwie einzuordnen. Aber was so ein Automatismus ist einfach so. So und ist es für dich wirklich so, dass du sagst, du kannst da so irgendwie so, du guckst jemanden an oder du sprichst mit jemandem und du fühlst dich nicht dahin gezogen, das direkt zu interpretieren oder? Also, zwei Sachen dazu. Das Erste und auch an all unsere Hörer an dieser Stelle, wir sind alle Gesichtleser. Also jeder von uns ist ein intuitiver Gesichtleser. Warum ist das so? Weil wir im Grunde genommen eine riesen Datenbank in Form unseres Gehirns haben. Und mit jedem Treffen von Menschen füllt sich diese Datenbank und ernährt sich ein Algorithmus dahingehend mit der Erfahrung, die mit diesen Menschen zusammenhängt. Das heißt, von Beginn an unseres Lebens sehen wir einen Menschen, Datenbank wird gefüllt und irgendwann versteht unser Algorithmus, oh krass, jeder Mensch, der große Augen hat oder mit Menschen mit großen Augen habe ich sehr emotionale Erfahrungen gemacht und deswegen wissen wir unbewusst, krass, große Augen sind vermutlich eher emotionale Menschen als Menschen mit kleinen Augen. Das könnte man jetzt auch wieder erklären, warum das so ist. Das lassen wir an der Stelle mal weg. Deswegen, ja, wir sind alle Gesichtleser und Wirtsleute sind die Besten. Tatsächlich, also so die Kneipenwirte, die haben so eine krasse Menschenkenntnis. Das beruht tatsächlich darauf, dass die es so viele Menschen gesehen haben und so viele Erfahrungen mit fremden Menschen gemacht haben, dass die ihren ersten Eindruck und ich glaube, keiner von uns bestreitet, dass er einen ersten Eindruck fühlt. Das beruht auf intuitiven Gesichtlesen. Also wir machen das alle. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei. Und du machst es natürlich in deinem Bereich, in deinem Themenbereich. Dein Algorithmus sagt auch, okay, kranke Menschen haben vielleicht eine andere Hautfarbe als gesunde. Und irgendwie Menschen, die einen großen Energieverlust haben, neigen dazu, dass sie ihre Augenbrauen verlieren. Und das ist etwas, was du vielleicht gar nicht so bewusst benennen kannst, aber wo dein Algorithmus einfach drauf geschult ist. Das ist das eine. Und das andere die Frage, fühlst du dich nicht hingezogen? Also ich glaube, am Ende des Tages habe ich natürlich einen Filter. Und so wie ich den Filter auf, also so wie, keine Ahnung, ein Schuhmacher auf die Schuhe guckt, gucke ich halt aufs Gesicht. Und ja, ich sehe dann schon, ach guck mal, da ist ein Muttermal oder, oh, das ist ja eine krasse Falte oder, oh, das sind aber weit auseinanderstehende Augen. Aber dabei bleibt es erst mal, weil, was vielleicht nicht ganz klar ist, Gesichtlesen ist total anstrengend. Also, ne, ich muss ja jedes Mal meinen analytischen Kopf anmachen und die Dinge verbinden und in Relation setzen und dann überlegen. Und ich vergleiche es tatsächlich gerne mit einer Sprache. Nur weil ich Englisch sprechen kann, heißt das ja nicht, dass ich den ganzen Tag Englisch denke. Und es ist ja dann eine Entscheidung zu sagen, ich switche jetzt in die englische Sprache und es mich zumindestens strengt es an. Oder ein anderes Beispiel, nur weil ein Buch auf dem Tisch liegt und ich vielleicht den Klappentext lese und das Coverbild sehe, heißt das ja noch lang nicht, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache jetzt das Buch auf, ich entscheide mich in Ruhe zu lesen, die Dinge zu verarbeiten und zu verstehen. Und genau diesen Prozess, den schalte ich sehr bewusst in meinem Leben aus, wo ich sage, also jetzt habe ich Feierabend oder jetzt möchte ich auch mal einen Wein trinken oder einen Tee oder was auch immer. Du weißt schon, also man kann das ausschalten. Ich glaube, am Anfang, wenn man es lernt, dann ist man so, dann kannst du auch keinen Film mehr gucken oder kannst du nicht mehr der Handlung folgen. Aber du selbst merkst irgendwann, oh wow, nee. Und ich bin seit neun Jahren mit meinem Freund zusammen, ich habe ihn bis zum heutigen Tag nicht gelesen. Also ich sage manchmal schon, halt mal deine abstehenden Ohren im Griff oder ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber diese Verbindung, dieses Mosaikbild, von dem ich gesprochen habe, das hat mein Herz mit der Liebe gestrickt, aber nicht mit meinem analytischen Beruf. Ja, ja. Es ist so, wenn das Bewusstsein sich in irgendeiner Art und Weise entwickelt, so zum Beispiel jemand macht jetzt eine Ausbildung bei dir für Gesichtslesen und dann denkst du ja nur noch daran, du beschäftigst dich damit und dann ist der Fokus da auch. Und der geht ja dann Gott sei Dank auch wieder. Ganz ehrlich, das wäre ja auch schlimm. Du siehst ja wirklich, wenn du willst, siehst du ja wirklich die Deep Points eines Menschen. Also jetzt, das habe ich Gott sei Dank, ist mir noch nicht so oft passiert, aber ich habe schon bei einer Klientin Selbstmordgedanken im Gesicht gesehen. Ganz ehrlich, Florian, da wirst du ja irre. Also wenn du durch die Welt läufst und Menschen ihre Pains siehst, ihre, all diese Dinge, also das könnte ich mit meinem Pflaumen im Gesicht nicht so gut. Also da würde ich, glaube ich, fände ich, glaube ich, schwierig. Also deswegen, ich bin ganz froh, dass ich mich entscheiden muss, das Buch zu lesen. Ja, ja. Oder halt auch zu sagen, nö, das ist gar nicht mein Auftrag. Ist so, ja. Ich habe jetzt, bevor wir übergehen, noch eine Frage. Es gibt so viele Punkte, über die wir noch sprechen können. Selbst, ich glaube, zehn Stunden würden da nicht ausreichen zum Sprechen. Es gibt ja von, diese KI generierten Bilder von Menschen und so weiter. Hast du sowas mal betrachtet, wie das vom Computer sozusagen? Also da ist ja auch alles so perfekt, so irgendwie. Ja, also ich habe es mal probiert. Also tatsächlich KI, also wenn ich mir einfach ein KI-gesteuertes Bild anschaue, dann ist das ein relativ neutrales Gesicht, was tatsächlich wenig Emotionen zeigt. Also wenig, wenig Besonderheiten. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ich will einen, hier einen Kriegsgeneral oder so, so einen Kriegsoffizier, dann siehst du ganz klar, dann schmeißt dir die KI-Gesichtszüge raus, die du als Gesichtleser wieder hundertprozentig genau auf die Persönlichkeitseigenschaften eines Kriegsgeneralens legen kannst. Das ist genauso wie bei Hollywood. Also ich glaube nicht, dass jeder Regisseur und jeder Rollenbesetzer Gesichtleser ist, aber die wirklich authentischen Blockbuster, die in den Oscar-Verleihungen wiederzufinden sind, die liegen alle eins zu eins über dem Wissen der Gesichtleser. Also das ist deswegen, ja, Gesichtlesen funktioniert halt. Und deswegen greift da auch Hollywood unbewusst und unbewusst auch eine KI drauf zurück. Aber du kannst jetzt, also ich habe das mal probiert, zeige mir das Gesicht eines Menschen, der sehr stark, sehr willensstark und kämpferisch ist. Das funktioniert noch nicht. Aber dafür ist wahrscheinlich auch das Internetwissen über das Gesichtlesen an sich, also wirklich über diese tiefe Übersetzung, einfach noch zu wenig vertreten. Weil im Internet findest du, ich glaube im Vergleich zu anderen Themen, du findest schon was, auch aufgrund meines fünfeinhalb Jahre alten Blogs, wo alles genau drin steht, aber das reicht dir der KI nicht. Also tatsächlich mault dich da auch, finde ich immer, also finde ich auch gut, wenn ich das bei ChatGPD eingebe, irgendwie über Gesichtlesen, dann kommt da, Achtung, das trägt die Gefahr von Menschenkategorisierung. Wir wollen uns davon, also da sind die sehr klar, wo ich so sage, ja Mann, ich weiß, dass ich keine Menschen kategorisieren soll und deswegen lese ich Gesichter. Also ja, da sind die tatsächlich einfach noch sehr, ist das Internet nicht voll genug davon, um was Neues daraus zu generieren. Ja, ja. Dann lass uns gerne mal starten. Also erklär gerne mal, wie du das gemacht hast so. Du hast, glaube ich, gesagt 15 Minuten, hast du mein Gesicht gelesen. Und ja, nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Ja, das mache ich. Genau, fühl dich frei, alles zu sagen, was du möchtest, was du da denkst. Und genau, ich bin bereit. An dieser Stelle ist mir das auch wichtig, dass ich dich vorher gefragt habe, ob ich persönlich werden darf, weil ich finde das tatsächlich immer ein bisschen schwierig, in der Öffentlichkeit zu zeigen, was Gesichtlesen kann und gleichzeitig auf den Menschen, der mir gegenüber sitzt, Acht zu geben und seine Seele zu beschützen. Also deswegen, das ist, wir haben eine Absprache und deswegen gehe ich da jetzt sehr viel tiefer rein, als ich es zum Beispiel im Fernsehtour, wo mich irgendjemand fragt, kannst du mal den und den lesen? Da bleibe ich sehr an der Oberfläche. Bei dir, was habe ich gemacht? Du hast mir diese Bilder geschickt. Das waren übrigens großartige Gesichtlesebilder, weil sie ziemlich in der Nullmimik waren und du nicht gelächelt hast und mir nicht dein schönes Lächeln gezeigt hast, sondern deine Gesichtsstruktur, die braucht der Gesichtleser. Und da du mir das gestern Abend sehr spät geschickt hast und ich im Moment sehr im Arbeitswust bin, habe ich mir rausgenommen, dich sehr kurz zu lesen. Also ich habe mir die Bilder angeschaut und meistens habe ich dann tatsächlich irgendwie einen Tee in der Hand und merke, wenn ich mich selbst beobachte, dass dann auf einmal mein Kopf ein bisschen zur Seite kippt. Das ist dann auch ein Zeichen tatsächlich von Liebe. Also ich verliebe mich immer in den Menschen, den ich gerade lese. Also meine Seele verliebt sich, keine Sorge. Ich werde hier jetzt nicht komisch. Aber das merke ich dann immer, dass mein Kopf so wandert und sagt, ach, guck mal. Und dann lasse ich mich von dem Gesicht einfach leiten, weil wenn ich jetzt ein großes Reading mache, dann gehe ich da sehr analytisch vor. Wenn ich so nur einen kurzen Moment habe, dann gucke ich so, was springt mir denn bei diesem schräg gelegten Kopf von mir ins Gesicht. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, der hat einen krassen Links-Rechts-Vergleich. Also wir haben alle eine linke und eine rechte Seite im Gesicht. Wir reden übrigens immer von der Seite des Gelesenen. Also wenn ich von deiner linken Seite rede, dann ist es die Seite, wo dein Herz ist. Also der Gesichtleser muss einmal sich drehen. Der wichtige Info. Und da habe ich gedacht, ach krass, er hat ziemlich krasse Unterschiede in seiner linken und seiner rechten Gesichtshälfte. Und dann gucke ich, das ist vielleicht so mein Fetisch, mein berufliches Fetisch-Thema, ich liebe Ohren. Warum liebe ich Ohren? Weil wir an den Ohren die seelischen Möglichkeiten und Bedürfnisse erkennen und auch so ein bisschen das geistige Erbe. Also was hat denn der Mensch ins Leben mitgebracht und was soll sich entfalten im Leben? Also das sehen wir Gesichtleser an den Ohren und du hast tatsächlich auf deiner rechten Seite am Ohr die innere Helix nach außen stehend. Also deine innere Helix ist eigentlich das nach außen stehendste an deinem rechten Ohr wohlbemerkt. Und das spricht dafür, dass du ein spiritueller und geistiger Individualist bist, der ein Lebenskünstler ist und dem Selbstverwirklichung sehr, sehr wichtig ist. Und das trägst du vor allem auf deiner rechten Seite, also auf der Seite der Öffentlichkeit. Es gibt, jeder von uns hat eine Tagebuchseite, wo wir über unsere Emotionen, was sind wir im Innen, unsere Träumerseite, diese Seite, die wir eigentlich nur uns selbst und unserem Spiegelbild schenken, wenn überhaupt. Und dann gibt es die öffentliche Seite, die da sagt, das bin ich im Außen, so möchte ich gerne wahrgenommen werden, das möchte ich in der Öffentlichkeit sein, dafür bin ich vielleicht auch in der Öffentlichkeit im Leben oder am Leben. Und das ist bei dir, in der öffentlichen Seite geht es bei dir um Selbstverwirklichung, geht es bei dir um individuelle Gedankengüter, die vielleicht auch nicht alle verstehen, die vielleicht Menschen merkwürdig finden. Und das wiederum erkenne ich auch, da hatten wir vorhin schon drüber geredet, an deinem rechten Nasenflügel, der da sagt, okay, du möchtest unabhängig sein, du möchtest auf deine Eigenverantwortung beharren, das ist dir ganz wichtig, Fremdbestimmung ist was Falsches für dich und du zeigst super starkes Engagement in allen Lebensbereichen. Also ich merke, ich habe in dieser Viertelstunde gemerkt, okay, da ist ein Selbstverwirklicher, der total in der Eigenverantwortung ist und das bezieht sich auf sein im Außen, das ist ihm wichtig. Und dann zeigst du auch auf, witzigerweise auch auf deiner rechten Seite, einen sehr, sehr stark ausgeprägten Kiefer. Also du hast auf der rechten Seite einen viel stärker ausgeprägt, viel stärker, das fällt einem Menschen, der vielleicht den Filter hat, den ich habe, nicht auf, aber wenn ich genau gucke und du kannst dir ja die Bilder nochmal anschauen, dann merkst du, ach krass, ja, der ist einfach stärker auf der rechten Seite. Das heißt nicht, dass du irgendwie unsymmetrisch aussiehst oder sowas. Bitte nicht falsch verstehen. Und der Kiefer, der entspricht im chinesischen Gesichtlesen der Baumwurzel. Das heißt, du lässt dich vor allem auf der öffentlichen Seite, und jetzt sind wir nochmal bei dem geistigen, individuellen Spiritualisten, äh, der spirituell-geistigen Individualisten, der vielleicht Gedankengut hat, den andere nicht so teilen können. Du lässt dich aber vom starken Gegenwind nicht umblasen. Du hast eine ganz große Durchführungsenergie, eine Durchsetzungskraft, eine seelische Zähigkeit in dir. die dir dabei hilft, die Zähne zusammenzubeißen, für deine Selbstverwirklichung, für deine Eigenbestimmung und einfach am Thema zu bleiben. Du willst deine Persönlichkeit zur Geltung bringen. Und das alles in der Öffentlichkeit, im Herzen, in Freundschaftsebenen, in Beziehungsthemen, ist das vielleicht gar nicht so ausgeprägt. Aber im Außen möchtest du das. Und dann, erstaunlicherweise, ist dein Rechter, dein Mund auf der rechten Seite auch größer. Das heißt, wenn man dein Gesicht einmal teilen würde und sich nur die eine oder die andere Seite anschaut, sieht man, dass dein Mund viel, viel größer auf der rechten Seite ist. Auf der linken Seite ist er fast klein. Aber wenn man dein Gesamtgesicht ansieht, dann ist das auf der rechten Seite ein ziemlich großer Mund. Und ja, je größer der Mund, umso größer ist der Appetit nach Kommunikation und Zuneigung. Und umso größer der Mund, desto größer sind die kommunikativen Fähigkeiten. Also du kannst diese geistige Individualität, diesen Drang nach Eigenverantwortung, diesen Drang nach Selbstverwirklichung hervorragend über deine Kommunikation leben. Und du hast das Durchhaltevermögen und den Biss, das in der Öffentlichkeit auch entgegengesetzt der Meinung von anderen Menschen zu bringen. Mega Kombination. Ich frage jetzt mal, bevor ich weitergehe, wie geht es denn dir damit, wenn du das so hörst? Ich kann mich schon damit identifizieren auf jeden Fall. Also ich denke auch für Leute, die jetzt den Podcast schon vielleicht auch seit Jahren hören, dass das auf jeden Fall offensichtlich, also viele Punkte offensichtlich sind, weil ich ja hier und da auch schon mal was rausgehauen habe, was so Infos zu mir angeht und so. Kann mich damit also identifizieren auf jeden Fall. Und ja, ich sage mal, es bestätigt auch sowas, was ich so von mir schon kenne, weiß. Und also ich habe ja auch so meine Programme, dass ich halt in der Kindheit sehr autonom geprägt war. Sag noch nichts drüber. Okay. Ja, entschuldige. Ich sage, ich spreche nämlich gleich über deine linke Seite. Noch nichts sagen. Ich habe nur noch einen sehr, sehr lustigen Punkt, der auch aus gesundheitlicher Sicht vielleicht nicht so das Optimum war, wie ich mich da verhalten habe. Aber wir haben mal, ich habe ja eine Büroausbildung gemacht früher und da haben wir aus Witz, haben wir mal unsere Gesichter eingescannt und ausgedruckt. Und da habe ich quasi von, habe ich meinen Kopf mitgedreht, während ich gescannt wurde. Und jetzt musste ich gerade dran denken, wo du gesagt hast, wenn du dein Gesicht einfach so aufteilst, dann ist ein Foto so. Ja. Hast du die Bilder noch oder die Auflagen noch? Ich hatte das irgendwann mal gesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Nee, leider nicht. Weil das wäre ja total spannend, weil unser Gesicht verändert sich ja unser ganzes Leben lang. Und so wie ich dich verstanden habe, ist ja in deinem Leben auch unglaublich viele in den letzten zehn Jahren passiert. Und deswegen wäre es interessant zu wissen, was sich in deinem Gesicht verändert hat. Weil daraus kannst du natürlich auch schließen, sowohl Gesundheit, aber eben auch, wie hat sich deine Sicht auf die Welt verändert. Was sich auf jeden Fall so alte Passbilder von der Schule und so, das finde ich dann auch interessant. Spannend. Ja, total. Also das ist so spannend, das mal nebenzulegen und zu gucken, was in meinem Gesicht hat sich denn verändert. Aber um jetzt noch mal auf deine Seelenebene zu gucken, beziehungsweise auf deine persönliche Ebene, also was klar ist, der Fokus in deinem Gesicht liegt auf deiner rechten Seite. Also das ist so, die springt einem ins Gesicht, wenn man schaut und da sind auch starke Ausprägungen drin. Was sehe ich aber auf deiner linken Seite? Tatsächlich, deine Augenbrauen sind in der Innenseite ein bisschen nach oben stehend. Und das ist so ein kleines Merkmal, was viele übersehen und gar nicht so ernst nehmen. Für den Gesichtleser ist das extrem spannend, weil es dem Gesichtleser zeigt, dass da ein Wurzelthema in deinem Leben ist. Wahrscheinlich in deiner Kindheit. Ich würde es jetzt mal übersetzen. Ich glaube, dass du in deiner Kindheit nicht die Wurzeln gespürt hast, die du gebraucht hättest, um ein gutes Setting zu haben, um weiterzukommen. Also du hast dich vielleicht manchmal wurzellos gefühlt oder basislos gefühlt. Das kann natürlich einhergehen mit viel Freiheit. Also das würden wir auch wieder an deinen Nasenflügeln erkennen, dass du ein freiheitsliebender Mensch bist und aus dieser Wurzellosigkeit vielleicht auch Freiheitsliebe gemacht hast. Aber ich glaube, ein Kind ist nicht dafür gedacht, zu viel Freiheit zu haben. Und ich bin mir da nicht so sicher. Deswegen sage ich das mit sehr viel Vorsicht. Die chinesischen Gesichtleser beziehen das auf eine männliche Person im Leben. Also dass eine männliche Person im Leben dir das entzogen hat, was du eigentlich gebraucht hättest. Und dann sehe ich, und ich glaube, dass es aus einem Piercing herauskommt, aber der Gesichtleser liest, was er sieht. Du hast eine Narbe zwischen Augenbrau und Auge. Das ist der Bereich, der der Palast der häuslichen Angelegenheiten ist. Und wer da eine Narbe hat, trägt unglaublich viel Sorge in sich. Und ich würde dich wahrscheinlich in einem tiefen Reading fragen, beziehungsweise ich habe mich gefragt, welche Verletzung hast du im Innen erlebt, die dir vielleicht die Lebensfreude und auch sogar die Reisefreude beeinträchtigt hat? Und wie viel Raum hat diese Verletzung heute noch? Und inwiefern wäre die heilbar? Durch die Transformation der Wurzellosigkeit. Die natürlich etwas sehr Trauriges ist, aber die, und ich glaube, und da sind wir jetzt wieder, deine Seele, deine Gefühle, deine Emotionen, da ist eine Verletzung. Das sehe ich, aber die sind das Futter für die Selbstverwirklichung und die geistige Individualität, die du im Außen zeigst und eben zur Verfügung stellst. Und dafür hast du ein sehr, sehr kraftvolles und vorstehendes Kinn bekommen von dieser Natur oder von deinem Leben dahingestellt. Und das gibt dir Kraft und Stärke. Du willst Einfluss nehmen. Du willst Einfluss auf das nehmen, was um dich herum in deinem Umfeld passiert. Du willst sagen, wo es lang geht und du magst es, deine Meinung auch durchaus zur Verfügung zu stellen. Und du hast eine extrem große Motivation, das zu erreichen, was du erreichen willst. Deswegen wäre es eine gute Idee, dich nicht, und das tust du ja nicht, damit zu beschäftigen, wie viel Verletzung in deinem Leben ist, sondern das zu transformieren und zur Selbstverwirklichung im Außen zu nutzen. Und ja, du hast noch zusammenwachsende Augen, ich habe es dann jetzt auch gleich, zusammenwachsende Augenbrauen. Das zeigt, dass dein dritter Auge vielleicht im Unbewussten stattfindet. Also, dass du vielleicht oft auf Dinge schaust, worüber du dir gar nicht so bewusst bist. Und es ist ein Warnsignal, dass du deine eigenen Möglichkeiten und Erfahrungen unterbewertest und dich dadurch selbst sabotierst. Und als Gesichtleser würde ich sagen, guck auf diese Verletzungen, die du im Innen hast. Guck, was deine Lebensfreude beeinträchtigt oder was Potenzial hat, deine Lebensfreude zu beeinträchtigen. Schau, dass du deine Reisefähigkeit im Innen und Außen wieder aufmachst, damit ins dritte Auge raufgehst. Du hast den Kampfgeist des vorstehenden Kinds. Und dann kannst du tatsächlich diese Selbstverwirklichung dein Leben lang weiter und weiter treiben. Ja, und das ist das, was ich dir mal aus einer Viertelstunde aus deinem Gesicht lesen würde. Es ist schon sehr tief dafür, dass es nur 15 Minuten sind, aus meiner Bewertung. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde mit meiner, mit meinem Filter, so was die Gesundheit und so angeht, in 15 Minuten, also, ja, es klingt schon sehr tief dafür. Und es ist mir sehr interessant, also, kann mich auch mit allem identifizieren. Das mit dem, die Narbe, das nicht von dem Piercing, ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, wann die entstanden ist. Hast du hier ein Piercing gehabt? Nee. Hast du so ein, ah, hast du gar nicht. Ach, ich dachte, du hättest vielleicht so einen, so einen Ring gehabt, weil der ist nämlich schön an der Stelle, wo so ein Ring, gern mal gemacht wird. Ah, Das war das, das Einzige, was man jetzt, ich meine, es ist eh wahrscheinlich auch nochmal ganz anders, wenn du jemanden in echt vor dir siehst, ne, weil dann ist es ja, also, wie, wie, wie ist das für dich als Unterschied, wenn jemand auf dem Bild, ist vielleicht manchmal der Winkel nicht so optimal, das Licht und so, dann ist es ja, genau, auch nochmal anders. Genau, also das ist so, Winkel und Licht ist eins, wobei das war wirklich perfekt bei dir. Dann kommt es ein bisschen drauf an, welche Kamera, welchen Weitwinkel genutzt hat oder nicht genutzt hat, wobei dieser, also ich dachte tatsächlich wegen der Stelle, dass das ein Piercing, eine Piercingnarbe ist, aber die Bedeutung bleibt gleich, auch wenn es nicht durch ein Piercing bleibt, weil die Stelle ist eben, dieser häusliche Palast, der auf viel Sorge zurück, und ganz ehrlich, dem Gesicht Leser ist es am Ende des Tages relativ egal, warum diese Narbe da ist, wir sehen die Narbe, die da ist im Gegensatz zu anderen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass das da trotzdem passt. Der Bewusstsein und Physis Podcast ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Durch all die Gespräche und Kontakte, die sich ergeben haben, konnte ich dutzende Kooperationen aufbauen. Inzwischen gibt es unzählige Rabattcodes für dich als Hörer, die du nutzen kannst. Ich habe mir mal die Zeit genommen und all diese Codes für Lebensmittel, Biohacking-Tools und vieles mehr in eine übersichtliche Liste gepackt. Und diese Liste findest du auf meiner Website unter www.bewusstsein-und-physis.de unter dem Punkt Rabattcodes und auch unter dieser Folge in der Beschreibung. Mit diesen Rabattcodes kannst du bei vielen Partnern aus dem Gesundheitsbereich auf deine Bestellungen sparen und gleichzeitig diesen Podcast hier dabei unterstützen. Wenn du dir einen Rabattcode wünschst, der noch nicht auf der Liste ist, dann lass es mich gern wissen. Und weiter geht's mit dieser Folge. Du bist ja durch soweit, jetzt würde ich nicht mehr das vorwegnehmen. Ja, soweit, das war genau. Wegen dem, was du gesagt hast mit diesem Wurzelthema und so, das sehe ich auf jeden Fall auch als zutreffend. Also dadurch, dass ich bin ein Trennungskind und würde sagen, dass mir da auf jeden Fall die Vaterrolle auch viel gefehlt hat so früher. Das würde das mit dem Mann vielleicht auch erklären, was du gesagt hast. Und hatte auch mich zu Hause nie wirklich sicher gefühlt oder so. Also auch, was du am Anfang erzählt hast von deiner Zeit, so in der ersten Folge wegen der Schulzeit und so. Ich sag mal, ich war meistens auf der anderen Seite, dass ich quasi derjenige war, der gemobbt hat. Und dass ich eher der Tyrann so war. Und gleichzeitig, dass auch nicht die schöne Rolle war. Beides sehr, sehr unschön. Und dass das aber auch so eine Art Strategie war von mir, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und weil es kompensiert wurde aus meiner Sicht vom Elternhaus und so, weil ich das da halt nicht, hat sich ja niemand um mich gekümmert, um nicht in die Opferrolle zu fallen. Aber dass das diese Verhaltensstrategien von mir damals wieder gespiegelt hat. Und ich, du grinst ja, willst du das sagen? Ja, ich finde das, ich finde das total schön. Und ich hatte tatsächlich mal in einem anderen Podcast mich jemand gefragt, wie glaubst du denn, wie Thilo und Moritz sich heute gefühlen? Und ich finde das sehr, sehr schön, auch jemanden anderen mal zu hören aus dieser anderen Rolle hinaus. Weil ich glaube, das ist eben auch nicht richtig, immer zu sagen, ja, die sind doof und ich war die arme. Sondern auch Menschen, die mobben, die haben auch eine Wunde, die irgendwie geheilt werden muss und Pflaster drüber gehauen werden muss. Und ich finde es sehr schön, dass du das so teilst. Weil es geht nie im Leben um, du bist schuld und ich bin unschuldig. Oder du bist schuld und ich bin das Opfer. Oder du bist der Täter oder das Opfer. Sondern am Ende ist es die Entscheidung zu sagen, haben wir Lust zu heilen? Ja. Das passt perfekt zu dem anderen Punkt, den du gesagt hast, dass diese Sachen, dass ich das genutzt habe, um eben was draus zu machen. Dass ich nicht gesagt habe, ich hatte so eine scheiß Kindheit oder wie immer wir das bewerten oder ich das bewerte, sondern halt einfach weitergegangen bin, das Beste daraus gemacht habe und dann ja quasi durch die Krankheit gehen durfte, um dann gesund zu werden und all diese Sachen für mich erst mal erkennen konnte. Und jetzt rückblickend, was ich auch als wichtigen Punkt empfinde, früher hätte ich ganz anders über meine Eltern gedacht oder habe anders gedacht. Und jetzt, wo ich selber Kinder habe, ist das so wie, ah, deswegen war das vielleicht damals so. Und das war sehr herausfordernd und das kann ich jetzt anders machen. Ich kann mir das so machen, wie ich das jetzt für richtig denke. Und ob es dann richtig ist, werde ich auch erst sehen, wenn meine Kinder groß sind. Und ja, also da nicht im Leid, mich zu baden oder so, sondern halt das Beste daraus zu machen. Und auch immer wieder Schuldzuweisungen loslassen. Das ist so, ich glaube immer, ich kann das nicht mehr hören, wenn Menschen immer sagen, meine Eltern haben alles falsch gemacht. Und ich sage, ja genau, die sind aufgestanden und haben morgens gesagt, ich will schlechte Eltern sein. Genau so war es. Das ist ja Blödsinn. Und da einfach zu sagen, okay, es war nicht alles gut. Und das hätte alles vieler leichter fallen können. Aber solange ich Schuld zuweise, kann ich, und das weißt du besser als ich, auch körperlich nicht heilen. Ja, es macht doch im Endeffekt, ich habe ja auch viele Leute, die sagen so, ah, der oder die ist schuld daran, dass ich krank bin, oder ich habe dann was gegessen und das ist daran schuld. Und dass die damit versuchen, so ein bisschen sich damit zu beruhigen und die Schuld wegschieben. Da ist jemand, der ist dafür verantwortlich, schuldig und so, aber dass das einfach gar keinen Unterschied macht. Also für mich hat es nie einen Unterschied gemacht. Zu sagen, jetzt ist irgendwas oder irgendwer ist schuld an irgendeinem Umstand, das ändert für mich gar nichts daran, ob ich jetzt was mache oder nicht. Also die Verantwortung ist ja dann trotzdem bei mir. Das ist ja dieses Basic-Thema, so ein bisschen aus meiner Sicht. Aber Florian, das interessiert mich ja jetzt tatsächlich, ob man es im Gesicht sieht. Man liest zwar eigentlich nicht im Umkehrschluss, aber wenn wir jetzt so offen reden, was war denn für dich deine, im Nachgang, deine Persönlichkeitseigenschaft, die dir für die Heilung gesagt ihnen nicht waren? Die Autonomie und das Durchhaltsvermögen. Ach krass. Ach guck mal. Deswegen. Ach krass. Damals, wo ich krank war, da gab es, also heutzutage kannst du ja gefühlt bei allem irgendeine Krankheit, du wirfst das Internet an und du findest irgendwie immer jemanden, der das schon mal hatte, geschafft hat. Früher war das so, okay, du hast vielleicht jemanden gefunden, aber da gab es jetzt nicht einen Online-Kurs, den du machen kannst. Da gab es nicht, mach dies und das, irgendwie auf YouTube alles strukturiert so. Und wäre ich als Kind nicht dran gewöhnt worden, so mein eigenes Ding zu machen, dann hätte ich da wahrscheinlich eher aufgegeben, hätte mir Hilfe gesucht, woanders wo es vielleicht gar keine Hilfe richtig gegeben hätte. I don't know. Und deswegen da nicht aufzugeben und dran zu bleiben, das war auf jeden Fall eine der wichtigsten, ich sag mal, Kompetenzen, Fähigkeiten in dem Bereich. Und ich denke auch oft, dass das aus meiner Brille heraus betrachtet, manchen Leuten fehlt, dass sie dann schnell aufgeben, wieder unsicher sind. Jetzt habe ich doch wieder was gegessen. Ach scheiße, jetzt funktioniert das nicht. Und dann wieder zurückfallen und so ein Stück weit aufgeben. Und das halt dieses, vom Aufgeben, dann wieder dieses Hochkommen und die Motivation zu finden oder das Warum und so, dass das dann die Leute da unterscheidet, die wirklich gesund werden, die sich von den Sachen nicht zerschmettern lassen. Vielleicht einer der größten Pain-Points, dieses Wurzellosigkeit und alleine und vielleicht irgendwie die Basis nicht zu haben, die man sich als Kind gewünscht hätte, ist in Verbindung mit diesem Trotzkind und dieser Durchsetzungsstärke, die du im Kiefer hast, eigentlich das, was dich wieder gesund gemacht hat. Wie spannend. Ist so, ja. Deswegen, es hat immer beide Seiten, beide zwei Seiten. Voll. Ist denn, wenn wir jetzt gerade bei dem Punkt sind, es gab ja auch die Frage, ich habe die Frage nicht mehr genau am Schirm, ich habe sie dir bei Instagram geschickt, wegen Chronischen zu tun. Wie man CED erkennt. Ja. Hast du mich gefragt. Also, tatsächlich an dieser Stelle muss ich noch mal, also ich habe den Tobias Duven gefragt, weil ich, du hast mir das doch Gott sei Dank noch übersetzt und hast mich gefragt, wie man das erkennt, ist übrigens eine chronische Darmengeschichte. Ich so dachte, danke, dass du mir das sagst. Ich habe keine Ahnung von Gesundheit und Krankheit. Und letztendlich, ich lese jetzt einfach vor, was Tobi mir geantwortet hat. Und das zeigt es sich, das zeigt auch so schön. Auch wenn ich weiß, von was Tobi da redet, kann ich es nicht in deine Welt der Medizin umsetzen. Und deswegen sage ich, Schuster, bleib bei deinen Schuhen. Ich finde, ein Mensch, der überhaupt kein medizinisches Wissen hat, das heißt nicht, dass es nur Ärzte dürfen oder nur Heilpraktiker. Ich glaube, du zum Beispiel hast ein unglaubliches medizinisches Wissen. Wenn ich an Priscilla Bucher denke, die ist glaube ich auch keine Heilpraktikerin ist, aber wäre ja übrigens auch ein Gast für dich, fällt mir dabei ein. Aber die weiß so viel, die darf das. Ich darf das nicht. Also das ist so, weil ich einfach keine Krankheitserfahrung Gott sei Dank habe und mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt habe. Aber Tobi schreibt, wenn man ihn fragt, wie erkennt man CED, dass man generell auf die Zeichen achten sollte, die die Organe betreffen, die CED, also die Grundlage für CED sind, also die Leber. Das erkennen wir hauptsächlich an den Augenbrauen. Der Darm, das erkennen wir an der Mund, ist die Projektionsfläche des Darms. Die Bauchspeicheldrüse, die erkennen wir an Schwellungen unter dem Mund, also unter der Unterlippe und die Milz. Und das oft ist in Kombi, also wenn wir da Dispositionen oder Fehlstellungen, Fehlmomente irgendwie erkennen und das tatsächlich mit Entzündungszeichen, also Rötungen, also alles, was wir an Rötungen erkennen, spricht für Entzündungen im Körper oder Schwellungen. Das können auch Rötungen, also das könnten auch Entzündungen sein. Wenn es so entzündet ist, dann das kennen wir von Wunden und so ist das eben im Gesicht auch. Wenn ich Schwellungen oder Rötungen sehe, dann habe ich eine gute, kann ich mal weiter forschen und weiter graben nach Entzündungszeichen. Hier ist Taminflecken im Gesicht, die so ein bisschen aussehen wie die Magnesiumröte. Das sind auch noch Zeichen und Pickel auf der Nasenspitze. Können Zeichen sein und es geht dann halt immer darum, also wir können nie sagen, da ist das Zeichen und so ist es. Das wäre ja auch schon wieder viel zu einfach. Dazu sind wir als Mensch ja viel zu facettenreich und das eine, also das wäre ja, das geht ja nicht, das wäre ja Schubladendenken. Aber man guckt sich eben das Gesamtbild an und guckt auf die eben von Tobi zitierten Merkmale und das können Hinweise sein, die dann dem medizinisch Fachkundigen helfen, weiter zu suchen und entsprechende Heilungswege ausfindig zu machen. Ja, es gibt auch so eine, da kann ich mit Tobi dann auch mal näher drauf eingehen, so eine Art Mundfalte irgendwie, die soll sehr ausgeprägt sein bei Menschen, die halt Morbus Crohn haben, Darmkrankheit, deswegen würde das passen. Genau, das ist alles, was so Mund, na klar, wir essen mit dem Mund und deswegen ist natürlich, also er zeigt sich, also das ist tatsächlich faszinierend, ein fachkundiger Mensch kann an der Farbe des Mundes, an der Faltenbildung des Mundes, an Farbwechseln der Lippen ganz genau erkennen, in welcher Kurve des Darms jetzt, du merkst schon, auch da kann ich mich nicht fachkundig ausdrücken, Ich habe versucht, mir ein bisschen mehr zu zeigen, den Darmverlauf, aber es ist ja auch gespielt, das ist echt fies. Ja, also das erkennen wir ganz genau, also wir nicht, wie wir gerade merken, aber der Antlitz-Diagnostiker, der sich da drauf spezialisiert hat oder auch Pathophysiognomiker, so nennen sich die Spezialisierungen des Gesichtlesens auf Gesundheit und Krankheitsbilder, der kann das dann. Stimmt, Antlitz-Diagnostik, das hatte ich mal gehört. Das war bei, ja. Ja, also die Antlitz-Diagnostik ist, es gibt ganz viele verschiedene Arten des Gesichtlesens, es gibt die Psychophysiognomik, es gibt die Lektora del Rostro, das ayurvedische Gesichtlesen, Xiang, Mien, ganz großartiges chinesisches Gesichtlesen, und es gibt eben wirklich ganz, ganz viele verschiedene Arten, und die Antlitz-Diagnostik, wenn ihr, also die Hörer von uns mal was von Antlitz-Diagnostik hören, dann geht es tatsächlich um die Art des Gesichtlesens, was sich mit Krankheitsbildern beschäftigt. Ist eigentlich ein Synonym von Pathophysiognomik, Patho heißt Leiden, Physiokörper, Gnomik, Schau, also letztendlich die Schau des Leidens am Körper, und das wiederum im Gesicht. Ja. Ich habe noch eine kurze Frage, und dann können wir gerne zu dem Punkt übergehen, dass du den Leuten erzählst, wo sie dich finden und so weiter, und was warst du, wie du ihnen helfen kannst. Das ist mir erst im Nachhinein eingefallen, also generell die Idee, dass ich dir Fotos schicke und ein Video vor meinem Gesicht, kam mir irgendwann im Laufe der Woche. Ich weiß gar nicht, dann habe ich mir so aufgeschrieben. Coole Idee. Und das würde ja passen. Und ich habe auf den Bildern, auf den Videos, das ist wahrscheinlich nicht zu sehen, weil ich glaube ich nicht in die Kamera gucke, aber du hast es vielleicht jetzt auch im Gespräch gesehen, dass ich so einen, ich sage mal Silberblick habe, wo ich schon auch ein paar Mal operiert wurde. Und hat das aus deiner Sicht irgendwie, ich sage mal, einen Hintergrund? Also was würdest du da deuten? Also letztendlich viele Ärzte oder Augenärzte oder auch Tobi würde sagen, naja, da ist irgendeine Nerv oder irgendeine Nervenbahn ausgeleiert oder also so. Also man könnte das jetzt tatsächlich sehr klar wissenschaftlich erklären, warum ein Auge abwandert, der chinesische Gesichtleser. und das ist das, was ich an den chinesischen Gesichtlesern so gerne mag, der würde sich fragen, warum wandert denn welches Auge ab? Wohin willst du denn vielleicht nicht genau schauen? Wenn ich jetzt, das ist immer ein bisschen schwierig bei Zoom, weil sich es alles dreimal irgendwie dreht, wenn ich es richtig sehe, ist es dein linkes Auge, richtig? Was abwandert. Dieses linke Auge, jetzt hatten wir ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass etwas dich an Lebensfreude, an, ja, auch an der Reisefreude, an der inneren und äußeren Reisefreude, vielleicht, dass es da eine Verletzung gab in Verbindung mit dem Wurzelthema, was du auch an deiner linken Augenbraue zeigst. Jetzt guckt, jetzt wandert auch noch dein Blick ab. Also das wäre dann tatsächlich, wo man ganz klar sagt, naja, schau mal, wenn du emotional dir die Stärke nimmst, du dir auch im Öffentlichen bist und konsequent hinschaust, von was will denn dein Blick abwandern, was tut dir vielleicht zum heutigen Zeitpunkt noch so weh, dass du lieber wegschaust oder lieber ein bisschen dran vorbeischaust, was halt so ein Silberblick ist und nicht direkt hingucken kannst. Ja. Jetzt ist die Frage, wie sehr hilft dir dein Körper bei diesem Bedürfnis nicht hinzuschauen und da sind wir dann schon wieder beim Kreislauf. Aber es ergibt mit diesen drei Dingen, die wir an deiner linken Seite gesehen haben, in Verbindung, dass die Rechte dein Fokus und deine Stärke ist, gibt es total Sinn, dass dein linkes Auge ein bisschen abwandert. Trifft auf jeden Fall einen Punkt. Also fühlt sich stimmig an. Also sehr interessant auf jeden Fall, was du jetzt alles erzählt hast und vielen Dank dafür. Und wenn du möchtest, natürlich gerne erzähl uns mal und den Zuhörern, für wen ist jetzt Gesichtslesen bei dir oder bei deinem Team sinnvoll? Was bietest du da alles an? Wo können sie dich finden? Und wir packen natürlich alles auch in die Beschreibung der Folge. Also ich glaube, wo man mich finden kann, ich glaube, jeder findet mich da, wo er mich gerne finden möchte. Also ich bin auf Instagram ziemlich aktiv. Menschen, die gerne lesen, können einen ganz, ganz umfangreichen Blog, wo ich unfassbar viel Wissen teile, abonnieren. Ich habe tatsächlich eine Gesichtlese-Community gegründet, wo man sich als Gesichtleser oder auch Nicht-Gesichtleser austauschen kann, wenn man so eher in der Interaktion und der virtuellen Interaktion, wer Videos gucken will, kann sich Videos auf YouTube anschauen. Und ich habe eine super umfangreiche Webseite. Also ich glaube, und da ist auch alles verlinkt. Also ich glaube, jeder findet das, was er gerne finden möchte, über mich und über das Gesichtlesen. Also hauptsächlich über das Gesichtlesen und über mich erzähle ich dann halt manchmal auch ein bisschen was. Und für wen ist es richtig? Ich glaube, Gesichtlesen ist für jeden richtig, der ein Gesicht und eine Seele hat. Und für jeden richtig, der irgendwie Lust hat auf die Schönheit seiner selbst und die Schönheit seines Gegenübers. Weil ich glaube, damit fängt es an. In dem Moment, wo ich einen Menschen in seiner Schönheit sehe und PS, dafür muss ich meine eigene Schönheit erstmal anerkennen, hole ich Frieden in die Welt. Und ist das nicht genau das, was wir in dieser Welt so dringend brauchen, in unserem Körper, wenn es um chronische Krankheiten, um Krankheiten grundsätzlich geht, im Außen, wenn es um den Nachbarschaftskrieg geht und im ganz großen Außen, wenn es um die Ukraine geht. Wir brauchen Frieden. Und Frieden fängt an in dem Moment, wo ich dich anschaue und sage, du bist schön und du bist richtig. Und das kann ich erst sagen, wenn ich über mich sage, ich bin schön und ich bin richtig. Ohne, dass ich mich in den Himmel hebe, in den ich nicht gehöre, sondern einfach diese Akzeptanz. Und darum geht es. Es geht, wir wissen alle unsere Schwächen und wir können alle sagen, was wir alle nicht gut können. Aber uns mal hinstellen und sagen, ey, und das kann ich der Welt schenken, weil ich das gut kann. Das fällt so vielen Menschen schwer. Und die, die Lust darauf haben, die sind bei mir zumindest beim Gesichtlesen richtig. Und ob sie sich da ihr eigenes Gesicht lesen lassen von meinem Team und sich einfach eine Dusche, eine warme, goldene Dusche ihrer Seelenfarben beschenken und danach immer bestärkt und mit einem Ja zu sich selbst rausgehen. Oder ob sie sagen, ich will das lernen, weil ich mich selbst besser kennenlernen will, aber ich brauche da eher einen didaktischen Ansatz als einen Monolog. Die sind in meinem Seminar und das ist mein Ursprungsseminar, mein Basisseminar zu allem anderen Talente und Potenziale im Gesicht erkennen richtig. Die da einfach ein bisschen was über die Schönheit ihrer selbst und ihres Gegenübers und ganz, ganz viel über Gesichtlesen erfahren. Und dann gebe ich auch noch Webinare, da kann man sich anmelden und einfach mal ganz kostenfrei dabei sein und sagen, jetzt will ich das Gesicht von der Frau auch mal sehen, die hier seit zwei Stunden quatscht. Ja, das stimmt. Ich sehe dich ja die ganze Zeit auch. Ja, das stimmt. Aber mega, also sehr, sehr breit aufgestellt auch von den Möglichkeiten, wie die Leute sich informieren können und einfach anknüpfen können für jeden was dabei. Ja, und das liegt da dran, weil ich so liebe und einfach sage, Gesichtlesen kann einfach Frieden und Liebe in die Welt bringen und das ist genau das, was wir brauchen. Und deswegen stelle ich gerne. Ist auch der Gedanke, wo du es so erzählt hast, mal angenommen, ich würde jetzt mein Gesicht lesen lassen und komme dann eigentlich zu meinem Kern oder es hilft mir dabei, mich besser zu finden oder zu entdecken. Jetzt gerade vielleicht nicht 100 Prozent die passenden Formulierungen, aber weil all das, was du jetzt auch so beschrieben hast von mir, das war auch so mein Weg zu entdecken, was will ich, worin bin ich gut, was ist so meine Vision und meinen Teil so da im Positiven beizutragen und da hätte mir, glaube ich, auch früher schon ein Gesichtsreading die Augen öffnen können. Voll, voll und es ist einfach was so Schönes, es einfach mal zu hören, was so in uns schlummert, auch eine Lebensaufgabe zu hören, zu wissen, warum bin ich auf der Welt? Ich meine, da gibt es ja Studien, die sagen, die Erfüllung also die Drogenabhängigkeit bei jungen Menschen basiert darauf, dass sie einfach nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist und dein Gesicht trägt deine Lebensaufgabe in dir und wie schön ist das, wenn du dann sagen kannst, ey Mann, ja, dann schenke ich mich der Welt und zwar in voller Gesundheit, in voller Balance und auch in voller Kraft, ohne Energieverlust. Ja. Da könnte ich schon wieder ins Schwärmen kommen, von den Stärken eines jeden Einzelnen. Das ist mega, das können wir so als Schlussstrich auch stehen lassen. Ich glaube, eine schönere Message gibt es jetzt auch am Ende nicht von dem Gespräch und liebe Anne, ich danke dir für das tolle Gespräch, für die vielen sehr informativen Fakten, generell alles, was du so geteilt hast, waren auch viele, ich sag mal, Denkanstöße und Inspirationen dabei aus meiner Sicht und konnte auch wieder viel für mich mitnehmen, war auf jeden Fall sehr spannend und ja, deswegen danke dir für deine Zeit heute. Dankeschön, danke, dass du dein Gesicht zur Verfügung gestellt hast und deinen Podcast hier fürs Gesicht lesen hergegeben hast, Dankeschön. Gerne, gerne und vielleicht hören wir uns in Zukunft ja nochmal und ich werde mal den Tobias noch einladen und ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, eine ganz schöne Woche noch, ein schönes Wochenende und genau, Leute, wenn ihr zuhört, dann schaut gerne mal bei Anne vorbei und genau, meldet euch bei ihr. Danke Anne und dann macht's gut. Dankeschön. Ciao Anne. Tschüss. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Frag dich nun ehrlich, wie kannst du das hier Gelernte in dein Leben integrieren? Denn nur durch die Umsetzung wird dir Wissen wirklich helfen. Noch eine kurze Bitte, schicke diese Folge an einen Menschen, dem das hier geteilte Wissen helfen kann. Damit unterstützt du nicht nur die Menschen, die dir wichtig sind, sondern auch dem Bewusstsein und Physis Podcast. Danke und bis zur nächsten Folge. Denk daran, du bist besser! Die Musik muss... ... Untertitelung des ZDF, 2020